oh gott ja 49 ist bestimmt oh man da kommt er da kommt der rentner kommt der frührentner oder 68 könnte auch sein alter seine mit 68 schrug in die gezockt er sieht doch kaum noch was jetzt noch mal der rentner guck was er macht der bottel das spaß die alle ins bett man so eine steht auf der linie der pisse das ist deiner der rentner vergisst du den gebiss ins glas zu legen wo du schlafen gehst da waren sie nicht drauf gefasst den musste ich jetzt mal machen so ein rebound kann ja nicht sein dass ich immer verlege das dach oder kann nicht mehr der rett nach steht der rett nach steht aber wieso nennt sich denn so ninsch ich kann den zocken Ich komme das klar. Was schreiben die da? OMG. Guter Pass. Wie geil. Hilfe. Ich sterbe. Nee. Scheiße. Das war nicht gut. Alter, nee. Aber wir führen noch, oder? Nee, wir gehen zurück. Nix weg. Geil, Mann. Hör mal auf, Rentner. Sorry. Ich habe auch weh. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Ich treffe keinen Ball. Ich auch nicht, Alter. Ich sehe nichts mehr. Fuck. Oh, jetzt muss ich aufnehmen, Alter. Da kann man Schäblechen. Alter. Ist auf jeden Fall noch drauf. Das suche ich gleich. Ab in die Gruppe damit. Ein Video für die Ewigkeit. Alter, Chris. Geil. Treff keine Pinne. Was machst du denn da? Es steht nur zwei, drei. Wir haben noch zwei Minuten. Oh. 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 Ja. Oh. 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 Hilfe. Ich springe am Startball vorbei. Nein. Kill the kill, Mann. Was ist das für einer, Mann? Was hat der für einen Auftrag hier? Aber das leckt, Alter. Eben, ja. das spiel eine stimme wird übertragen ja klar immer das muss ich rausschneiden und hochladen auf jeden fall gott noch nie so gelacht so viel ruckend nicht vor heute mann das junge gemüse hat und nur beleidigt wer ist jetzt drin hier von schlossen bot es ist einer gescheuert polonese oder falsch geschrieben ja chris junge klasse wir wollen wir einfach mal polonese schreibt polonese kilder kildes aus belastend war schade überschwer rex wenn die köhte am start noch mal hier schlusspunkt der köder der köder kommt als ob der köder jetzt hier ein tor schluss da gehen wir den 100 rein die hütte und knochen schluss mit kronos recken der wer ist ein video für die ewigkeit so leute zu direkt share play video hochladen oh geil sorry ey sorry hör mal aufrednen sorry oh my god tschau tschau Bis zum nächsten Mal.